Unglaublich, was hier passiert in der Nähe von Auma, in meinem Wahlkreis Ostthüringen. Wälder werden gerodet, scheußlichste Windkraftanlagen werden hier errichtet, gegen den Willen der Einwohner, gegen den Willen der Bewohner. Es wird einfach reingepflanzt. Wir haben hier ein Dutzend, 250, 300 Meter hohe Windräder gesehen. Hier ist der nächste Sündenfall. Hier alles sumpfig. Das war mal ein wunderschöner Acker. Es war mal ein wunderschöner Wald. Es wird keine Rücksicht genommen auf die Menschen vor Ort. Es wird keine Rücksicht genommen auf die Natur. Das ist Altparteienversagen. Mit der AfD gibt es sowas nicht. Windräder weg. Windräder haben nichts verloren im Wald.